Beim Klettern ist es voll cool, sich schwerelos zu fühlen. In allen anderen Sportarten bin ich eher dafür, die Schwerkraft wirklich zu spüren. Beim Fliegen, beim Skifahren denke ich immer an Geschwindigkeit und auch so mit Spaß. Gravity oder Low-Gravity-Days, das gibt es einfach für mich nicht. Ohne Schwerkraft wäre unser Sport ziemlich langweilig und wir wären nicht viel lang auf diesem schönen Fleck der Erde.